Hallo und willkommen zurück, meine Freunde. In der heutigen Folge möchte ich euch einige Tipps zur Installation von Kipppumpen geben. Kennt ihr das nicht auch? Ihr habt eine Kipppumpe gewechselt und möchtet das Fahrerhaus anheben. Jedoch nach einer kurzen Zeit funktioniert nichts mehr und das Fahrerhaus bleibt einfach stehen. Das ist nicht immer auf einen Defekt der Kipppumpe zurückzuführen, denn in den meisten Fällen fehlt einfach nur ein wenig Öl. Das kommt daher, dass ihr das System ausreichend auffüllen und entlüften müsst. Aber wieso ist das so? Der Grund dafür ist der, dass die Menge an Öl im Tank der Kipppumpe nicht ausreicht, ein Volumenausgleich zwischen der Kolbenstange und dem Füllbereich des Zylinders zu schaffen. Aus diesem Grund haben wir für euch ein Schnittmuster hergestellt, um euch zu zeigen was genau passiert. Hier seht ihr die Kolbenstange und den Bereich, an dem das Öl die Kolbenstange in die Endposition drücken muss. Die Füllmenge des Öls in der Kipppump bereicht dafür jedoch nicht aus, den Bereich vollständig mit Öl zu füllen, wo vorher die dicke Kolbenstange war. Dieses Vorgehen nennt man dann ein Volumenausgleich schaffen. Das heißt, wenn ihr die Pumpe ausgetauscht habt, müsst ihr sicherstellen, dass der gesamte Bereich mit Öl geflutet werden kann, damit das Öl die Luft aus dem System drücken kann. Ihr könnt das sicherstellen, indem ihr nach der Installation der Kipppumpe das Fahrerhaus anhebt und sobald das Fahrerhaus angehalten hat, einfach etwas mehr Öl in den Tank der Kipppumpe füllen. Danach einfach weiterpumpen und das Ganze so lange wiederholen, bis die Kabine die Endposition erreicht hat. Jetzt noch einmal das Fahrerhaus ablassen und nun musste genug Öl im Kreislauf vorhanden sein, um jederzeit das Fahrerhaus erneut anheben zu können. Das Ganze am besten einige Male wiederholen, damit keine Luft und System verbleibt und zum Schluss beim zurückgeklappten Fahrerhaus den Ölstand bis auf wenige Millimeter unter dem Rand der Einfüllöffnung auffüllen. Ihr seht also, wenn das Fahrerhaus nach dem Wechsel einer Kipppumpe frühzeitig angehalten hat, liegt das nicht an der Pumpe. Oft fehlt einfach ein wenig Öl. Habt ihr Fragen? Teilt uns dies bitte mit oder besucht uns auf unserer Meile-Homepage. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.